Yo Leute, was geht? Oh, mir ist gerade aufgefallen, das war eine neue Begrüßung, sonst sag ich ja immer, yo Freunde, naja, man kann doch mal was Neues ausprobieren. Also, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft The Adder 2 in der 1.7.10. Ja, in der letzten Folge hatten wir dieses Häuschen hier gebaut und heute wollte ich einfach mal den Sand hier farmen, also für das Glas hier, für das Adder-Glas, wie nennt man das? Blitzbodenglas, genau. So, und wie wir ja wissen, ähm, brauchen wir dafür eine Schaufel. Und, ja, jetzt hat ja heute wieder die Schule angefangen, in vielen Teilen von Deutschland eben, also ich glaube nicht, dass es in vielen Teilen war, in vielen Teilen ist es ja schon angegangen, vor ein paar Wochen, ich glaube Rheinland-Pfalz war jetzt das letzte und, ja. So, hier haben wir etwas Sand. Na toll, ich bin wieder nur am hinfallen hier. Was ist das hier? Scheiß, lad, das ist der, ich brauch den nicht. Okay, ich will nicht hier drauf gehen. Fuck. Was machen wir jetzt? Wir haben Adder-Erde, das ist gut, wenn wir Adder-Erde haben, weil dann können wir nämlich das Dings hier unterbauen, so, und können dann hier schön abbauen. Jo, das funktioniert sogar. Und, ja, wenn man auch übrigens hier runterfällt, dann landet man auf der Erde. Ist ja physikalisch korrekt, weil wenn man aus dem Himmel fällt, landet man ja theoretischerweise auf der Erde, außer man ist im Weltraum, aber das Weltraum, also der Weltraum ist noch etwas weiter oben. Ungefähr, wo dieser Lichtstrahl hier aufhört. Und der ist so episch, weil hier alles so schön hell dann ist. Und ich darf nicht hier runterfallen, fällt mir gerade ein. Sonst, äh, sind wir, ähm, was weiß ich, was wir dann sind. Dann sind wir Kartoffelbrei zum Frühstück, weil dann ist von uns nicht mehr viel übrig. Jo. Wo haben wir eigentlich unser Dings gebaut? Ach, hier haben wir uns hochgebaut. Ich würde sagen, wir machen, äh, einmal so, 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 so. So, dann sind wir, na Gott, dann sind wir hier. Dann geht's hier wieder runter, er hat mir auf die Fresse gefallen, so, so und so. Kann man hier hochgehen? Dann sind wir hier. Dann geht's, äh, gleich... Ja. Wo ist die Feierung? So, sorry für die kleine Unterbrechung. So. Scheiße, fuck, 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 fuck. Nicht auf den Sand, nicht auf den Sand. So. War gerade ein kurzes Gespräch. Ihr habt bestimmt noch gehört, kurz bevor ich das Mikrofon ausschaltet habe, dass einer reingekommen ist. Also, tausendmal Entschuldigung deswegen, aber ist ja nicht schlimm. Und, nee, das war kein YouTuber, wo gerade an der Tür war. Ich glaube, mein Vater hat keinen YouTube-Kanal. Ja. So. Ja, wir müssen erst warten, bis das Blitzbodenglas hier fertig ist. So. Ist doch eigentlich hier. Orange. Können wir die essen? Ich glaube nun mal schon, müssten wir die nun mal essen können. Oh, die bringt sogar zwei Hungerkeulen. Und das Essen ist voll. Drei Glas. So. Kann man eigentlich auch Edda-Glasscheiben machen. Würde mich mal interessieren. So, und der Rest. So, ich würde sagen, wir brauchen auch mal eine Kiste. So langsam wird es halt, weil wir immer mehr Ressourcen kriegen. So, eine Edda-Kiste, eine Himmels-Truhe. So, und ich würde sagen, heute gehen wir mal auf Ressourcensuche. Also, wo der Blitzstrahl ist, da ist in der Nähe unser Häuschen. Das können wir nicht verfehlen. Ja. Ein Schephof. Ein Schephof. Was haben wir hier? Hui. Goldbaum. Warum? Okay. Ich glaube, die Bäume wachsen sogar nach im Edda. So viel ich gehört habe, wachsen die auch nach im Edda. Und das bauen wir mal anders mal wieder ab, weil... Wir haben jetzt die Erde vergessen. Zum Hochbauen. Scheißegal. Der Baum, der bleibt eben so. Ich meine, das ist ja nur der Edda. Und hier sind noch ein paar grünen Wölkchen. Oh, ich mag die. So, ja. Gut. Ein Dungeon würde ich gerne mal finden. Boah, sieht das so episch aus. Ich muss mal gerade einen Screenshot machen für die... Fürs Thumbmail. Sieht so episch aus. Ohne jetzt die Musik zu leise. Ach, die ist gerade so schön, die Musik. Hört's euch an. Ich bin jetzt mal kurz still. Oh, episch, ey. I love you, Edda. Wirklich, ich mag das einfach nur. Oh, eins der schönsten Mod-Packs. Hier schleiche eine Gänsehaut. Puh. Ist einfach nur so geil. Ja, ich weiß, es gibt auch coole Playlists, die ich demnächst mal machen werde. Und hier sind Pflänzchen. Also demnächst kommen auch Videos mit Playlists. Ich muss nur mal gucken, wie man das so alles hier mit so installiert und dann im Hintergrund so macht und alles. Und dann kommt auch mit schöner, Gamer-freien Playlist-Musik. Weil ich möchte ja nicht, dass unsere epischen, schönen, traumhaften Edda-Videos gesperrt werden. Oh mein Gott. Ich könnte das Millionenfolgen hier spielen. Aber so lange darf es ja nicht gehen, weil wir ja noch Terraria und alles und Antörn spielen wollen. Also meine Mindestvoraussage sind mal gute 20 Folgen, Edda. Ich meine, die Folgen gehen ja ab jetzt immer 20 Minuten Woche über. Und am Wochenende kommen dann wieder zwei Folgen. Das geht dann immer nur 10 Minuten. Ich hoffe, euch gefällt ja die Einteilung. Also der YouTube-Stundenplan und wir haben keine Erde. Oh Gott, müssen wir nicht bauen. So, 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 so. So, so, so. 15. Haben wir jetzt. Jetzt mache ich mal kurz die Musik noch mal etwas leiser. So, damit wir noch mal etwas mehr schwätzen hier können. Ah. So. Äh, wir machen erstmal das Ding. Hoffentlich kommt da was raus bei so einer billigen Spitzhage. Jo, kommt sogar was raus. Und wir haben Ambrosium, haben wir. Oh mein Gott, wir sehen noch den Strich. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal die Sichtweite etwas höher auf 16. Ist viel epiker. Äh, epiker. Äh, epiker. Äh, epiker. Äh, epiker. Oh mein Gott. Heute habe ich es auch wieder. Heute ist einfach nur so schönen Tag. Ich meine, wir hatten heute nur bis halb eins Schule. Und, ja, es ist auch so, dass wir, ähm, donnerstags nur sechs Stunden haben. Ähm, also Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kommt nur ein Video. Ähm, Dienstags, ähm, kann es sein, dass manchmal gar keins kommt, weil ich da, ähm, Praktikum habe. Äh, ja, und ich stelle mal gerade die Grafik her noch schön. Aber dann muss ich hier nochmal etwas runter machen. Lass nochmal auf 13. Sieht einfach viel geiler aus. Und, sorry auch, dass in den Videos die Qualität von den Bäumen immer so scheiße ist. Das liegt nämlich daran, dass in der Ferne alles immer so rotiert irgendwie. Das rotiert immer so. Das wackelt immer so, das Bild von den Bäumen. Ja, und in den Videos sieht das dann meistens miserabel aus. Also, ich kann nichts dafür. Vielleicht liegt es auch am Programm oder an der Grafikkarte. Ich weiß es nicht. Also, ich kann jetzt nichts dagegen tun. Ich meine, wen stört das auch wie ein Baum aussieht? So. Gut, wir haben etwas Ressourcen gesammelt. Naja, was heißt Ressourcen? Wir haben sechs Ambrosium. Sechs Blaubeeren. Ein Orangenbaum. Und etwas rohes Rindfleisch. Rindfleisch. Der gute Hackbraten für Adolf. Oh Gott, der war nicht gut. So, ein paar Küchen hier abschlachten. Äh, Küchen ist ja auch klar. Küchen hier müssen die Küche. Wir sind schon auf Level 1, wie ihr sehen könnt. Und es wird... Fuck, ist hier dunkel? Was spiele ich eigentlich auch friedlich? Sag mal, ich bin ja eine Pussy hier. Ich hab ganz vergessen, wo ich das Farmmail gemacht habe, auf friedlich. Friedlich, also auf normalen Nummer zu stellen. Oh Gott. Sashi Pussy hier, wieder unterwegs. Und ich würde sagen, zwölf Rindfleisch, das reicht ja auch. Nur komisch, dass das nicht Adderfleisch heißt, weil es sind ja Kühe aus dem Adder. Und dahinten ist so ein großes Schleudervieh. Ich bin jetzt einfach mal Schleudervieh. Oh mein Gott, das sind drei Stück, glaub ich. Schnell, rennen. Ich glaub, die werfen einen zweimal höher als normal. Oh mein Gott. Oh, wir sind erst bei elf Minuten. Yeah, wir können ja 20 Minuten aufnehmen. Scheiß Grafikfehler und... Oh, es gibt jetzt gruselige Musik. Diese Musik ist gar nicht mehr schön. Wie diese epische... ...Mustik, die andere. Ah, die macht einem voll Angst, die Musik. Oh nein, nicht du. Haha. So, hoffentlich trifft der nicht durch die Tür. So. Nein, jetzt nerven auch die Mistdinger da draußen. Wir haben leider noch keine Wolle. Das ist grad laut. So. Ja. Ich würde sagen, wir machen uns mal noch... Hält mal ja, Maul da draußen. Das ist ja zum Ausfall hier das. Ja, schon wieder so ein scheiß XP-Bug. Ah Gott. So, äh, ja. Etwas Digis bauen wir dafür. Ich hab nämlich was vor. Ich möchte nämlich hier... Warum geht man da nur zwei? Okay, mit Ambrosium können wir auch als Kohle benutzen, wie es aussieht. Weil Fackeln ist ja auch Kohle und... Soweit... Machen sie mal ein neues Schwert hier. Jetzt haben wir das Stein vergessen in der Truhe. Hier, heiliger Stein machen wir uns. Gibt's eigentlich auch ein Ambrosium-Schwert? Gibt's das? Ne. Okay, ich nehm alles zurück. Freunde, ich nehm alles zurück. Es gibt doch kein Ambrosium-Schwert. Und ich würde sagen, du bist jetzt mal im Arsch hier. Komm her. Komisches... Komischer Giftvogel. So, ja. Ja, äh. Was jetzt tun? Schafe finden wir in etwas weiterer Entfernung. Aber dafür müssen wir erstmal ne Schere haben. Und... Gibt's hier sowas wie... Eisen? Gott. Ich hab immer noch ne Schnell-Wiki nachgeguckt. Verdammt. Gibt's hier sowas? Ne. Okay. Dann heißt es wohl, wir müssen uns... Gibt's sowas? Auch nicht. Gibt es sowas? Ne. Es gibt auch keine Ambrosium-Rüste. Rüstung. Okay. Ähm. Hm. Etwas Essen haben wir hier. Das Essen wir jetzt einfach mal, bevor wir hier oben... Im Himmel sterben, weil... Man schiebt lieber auf der Erde und kommt dann in den Himmel. Außer im Himmel zu sterben. Und dann meistens noch in die Hölle zu kommen. Okay. Los geht's. Ich bin ja noch vergiftet wegen den Mistviechern hier. Oh Gott. Leute. Horror-Trip. Okay. Wir schieben lieber hier drin, weil hier drin haben wir dann... Bessere Chancen, unser Zeug wieder zu kriegen. Die nerven die Mistviecher. Wirklich. Nein. Und da oben ist auch schon gleich ein Schäfchen. Können wir jetzt auch ein Bett machen. Hoffentlich gibt's hier sowas wie ein Bett. Oh. Zwei Wolle. Yeah. Dann ist noch ein Schaf. Und wir haben auch schon ein Bett. Wenn's sowas hier überhaupt gibt, weil... Wo ich es damals gespielt habe, hat's noch keinen Tag und noch keine Nacht gegeben in Edda. Gibt's mittlerweile, wie's aussieht. Schon von der feinsten Art sogar. Mit Gruselfaktor sogar. Gibt's es schon. Hier liegen die ganzen GIF-Pfeile rum. Okay. So, so, so. Und ein Himmelbett. Wir können schlafen gehen. Okay, wir haben den Chat deaktiviert. Und willkommen zurück am Tageslicht. Weil, ähm, damals war es so, man musste den, äh, den bösen Gott oder was das war, besiegen, dass es wieder Nacht wurde im Himmel. Weil damals gab es wirklich nur den Tag. Gut, dass wir's geändert haben, weil... Ich möchte auch nicht immer... Für immer wach bleiben. Scheiße. Ich glaub, nach zehn Tagen stirbt man, wenn man nur wach ist. Und ja. Jetzt haben wir heute ein paar Ressourcen gesammelt. Und ich würde sagen, wir fangen... Wir können auch schon mal mit einem zweiten Stock hier anfangen. So. Etwas Dings machen. Etwas... Leitern hier. So, mehr brauchen wir nicht. So. Ja. Und hier oben würde ich gern so Fenster aus Dings machen. Aus Wolken. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Das hört sich verrückt an, aber... Das ist vielleicht auch cool. So was. Dein Ernst? Oh mein Gott. Guck dir das mal an. Wie cool. Jetzt finden wir ihn. Bis zu Ende. Oh fuck, das überleben wir gar nicht. Dieser dumme... Haha, wir spornen im Bett. Jetzt ist ja Lichtstrahl genau in unserem Hause. Das darf nicht wahr sein hier, das. Blöder Penner. Okay, wir holen mal schnell unsere Sachen hier. Komm ruhig her. Ich weiß ganz genau, dass du da unten bist. Kleiner. Komm her. Ja, hau doch ab. So. So. Jetzt ist ja Lichtstrahl genau auf unserem Hause. Sehr gut. Wir wissen, wo unser Haus ist. Ja gut. Ich muss wirklich mal demnächst gucken, wie man sich Sachen craften kann. Weil man kann sich auch heil drängen, glaube ich, craften und alles. Und ich spreche wieder viel zu schnell. Fällt mir gerade ein. Ach Gott. Ja, jetzt habe ich hier natürlich wieder einen kleinen Fail gemacht. Wie kennt ihr es von dem lieben Sashi? So, jetzt ist sie auch im Arsch. So, wo war ich stehen geblieben? Die Fenster aus Wolken zu machen. Genau. Schade, dass es kein Bett aus Wolken gibt. So ein Himmelbett, wo es schwebt. Das wäre cool. So. So, so. So. So, so. So, so, so. Gut, äh, die Decke, die machen wir noch nicht rein, weil da müssen wir nochmal hochgehen und das... Oh, wir können Fenster aus Dings machen. Aus Wolken. Aber die müssen wir erst noch sammeln. Und ja. Ich würde mal sagen, wir gucken mal noch kurz hier raus. Wir setzen mal noch das kleine Bäumchen hier. Das dauert jetzt bestimmt ein bisschen zum Wachsen, weil... Denke ich einfach mal so. Hopp. Hep. So. Haben wir wieder ein Setsling bekommen. Jawoll. Und das sieht irgendwie cool aus mit den Dings. Da ist so eine Disco da oben drin. So, und... Ich würde sagen, wir essen wir noch. Und... Ja. So. Ich würde sagen, wir leuchten noch. Gerade, dass hier keine bösen Monster kommen. Mal noch etwas die Bude hier aus. So. 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 Und noch hier eins ans Portal. Jo. Gut. Da gehe ich mal gerade nochmal schnell hier rein. In die Kisten noch alles zurück. Ne, die Braubeeren. Blaubeeren brauchen wir nicht. Dann noch einmal das Ambrosium. Das brauchen wir nicht mehr. Na, doch das könnte man noch gebrauchen. So. Ich würde sagen, wir setzen noch gerade den blauen da nicht hin. Einmal hier hin. Und... Einer hier hin. So. Ja. Ist auch schon wieder gleich die Folge rum. Es hat aber diesmal wirklich Spaß gemacht, mal ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Und ich würde sagen, wir springen mal in eine Wolke rein. Aber das macht so Spaß. Wir bauen die mal ab. Na, Kuh. Immer die Kuh. Was geht so ab? So. Ja. Schnell zurückrennen. Mir ist ja gerade was eingefallen. So. So. Weil wenn dann die Monster kommen, dann fallen die einfach da rein. Wir können die ganz einfach besiegen. Das machen wir aber in der nächsten Folge einmal ganz rum. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir beenden diese epische Folge in diesem schönen Edda 2. Also Minecraft zu Edda 2. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen. Ciao. Euer Saschi LP. So. Joe. Vielen Dank.